Berlin, Frankfurt, Los Angeles, Papete. Diese Strecke verschlingt 27 Stunden. Nun ist es endlich soweit und wir landen auf Tahiti. Tahiti hat 131.300 Einwohner, verteilt auf 1042 Quadratkilometer, und ist damit die größte Insel französisch-Polynesiens. Die höchste Erhebung Tahitis ist der Mount Oro Hena mit 2241 Meter. Willkommen in unserer Unterkunft für die nächsten drei Nächte. Erste Eindrücke von der Umgebung unseres Fünf-Sterne-Ressorts Tahiti Beachkammer Interkontinental. Ein wunderschönes, unvergessliches Panorama hatte man von der Frühstücksterrasse mit Blick auf Morea. Heute Morgen geht es mit dem Jeep in die interessante Bergwelt von Tahiti. 泥-Sterne-Ressorts Tahiti Hallo, ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Am Abend genossen wir noch die leichte Brise und den Sonnenuntergang, der hier sehr früh einsetzt. Der heutige Tag bescherte uns eine schweißtreibende Wanderung im Dschungel von Tahiti. Ich liebe dich! 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 Auf geht es zum Picknick auf einer Insel! Ich liebe dich! Aber vorab gibt es Hautkontakt mit den Rochen! Ich liebe dich! 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 Auf Wiedersehen, Moria! Denn heute geht es mit dem Flugzeug nach Bora Bora, wo wir zunächst mit der Haumana Motorjacht 5 Tage einige Inseln Französisch Polynesiens umfahren. Ich liebe dich! 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 Okay. Vielen Dank. Heute besuchen wir auf Raya Thea die bedeutendste Kultstätte Marae Tapu Tapua Thea, die dem höchsten polynesischen Kriegsgott Oro geweiht war. Mit einer Grundfläche von 300 Quadratmetern gilt das Marae als größte Tempelanlage französisch Polynesiens. Musik 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 Heute frühstücken wir auf einer vorgelagerten Insel von Rayatea. Nach dem Frühstück konnten wir es nicht unterlassen, die Unterwasserwelt der Insel zu erkunden. Musik 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 Gestärkt vom Lunch besuchten wir noch die faszinierende Unterwasserwelt dieser Insel. Musik 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 Am frühen Abend sahen wir noch einige polynesische Teams beim Training mit dem Einbaumboot. Heute am letzten Abend auf der Haumana hatten wir viel Spaß und Freude mit einer polynesischen Musik- und Tanzgruppe. Musik 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 Aus Bora Bora und trinken auf euer Wohl Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier am Bora Bora Pearl Beach Resort haben wir unsere letzte Woche Urlaub genossen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 40 Minuten mit dem Kajak und ab ging es in die Unterwasserwelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Haifischfütterung, richtig gehört. Das war unser Ausflugsziel heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Weiter geht es zu einem Korallengarten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heute haben wir uns einem Tauchboot angeschlossen, um eventuell Mantas zu sehen. Der Himmel war leider stark bewölkt, aber seht selbst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf geht es zum äußeren Riff, 15 Meter klare Sicht in die Tiefe. Das ist schon etwas unheimlich. Das ist schon etwas unheimlich. Das ist schon etwas unheimlich. Am Abend hat es geregnet und die Polynesische Folkloregruppe hat ganz einfach ihren Auftritt ins Restaurant verlegt. Das ist schon etwas unheimlich. Das ist schon etwas unheimlich. Einfach fantastisch und unbeschreiblich schön finden wir die heutigen Eindrücke und Aussichten vom Hotel Ressort. Das ist schon etwas unheimlich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020